er ist gerade ein bisschen am haken hier liegt wenigstens ein bisschen muni drin ein paar blutspuren aber nur ein paar es tut mir leid ich könnte überhaupt mit jemandem leben es bricht alles auseinander ich bin nicht klar und vorsichtig ich weiß ja doch an dauernd knurren Da habe ich schon mal los. Na, jetzt ist das Ding durch die Decke geflüchtet. So war es hier. So war es hier. So war es hier. So war es hier. Oh, jetzt löschen. Ach, jetzt hier. Gut, 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 gut. 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 Ach, wie oft bin ich hier denn am Falen? Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht mehr schön. Oh, das ist doch schön. Oh, das ist doch schön. Irgendwie hat er gesteuert, das war er. Das ist ja kein Kopf im ersten Gegenteil. Oh, ja. See, dude. Ja, die haben auch noch eine Wäsche, die haben auch noch eine Wäsche. Okay. Okay. Ah, das noch nicht. Ah! Ah! See? Oh man... Lux! irgendwie habe ich gerade eine Pechsträhne und die ganze Schoße noch mal doch nicht wechseln du ab hier ab die 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,4 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,1 ja und und die war doch irgendwo ja da ist ein shop da ist ein shop der kommt jetzt wie gerufen ich hoffe mal meine fehlaktion ist jetzt vorbei ja das sollte erst mal reichen ich muss ja ich muss da lang ich glaube echt langsam dass ich am anfang den munden bisschen zu voll genommen habe war ja klar ok ich muss jetzt das du machst mich nicht fertig ich ja 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 ich ja ich ja 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 ich weiß gar nicht war das jetzt ein flashback oder ja 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 Munition dürfte erstmal noch reichen Ich erinnere mich an die Stelle hier Sowohl in der Space 1 als in der Space 2 Gahhhh Aaaaaah 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 Gahhhh Ah! Das sind Vogelfiecher, ne? So, weiter, 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 weiter. Der ist jetzt mal ordnungsgemäß verreckt. Und ich hab schon wieder keine Hoppala, muss man das sehen. Achso, ich bin in der Ecke. Ich bin fast im Captain's Nest, da kann ich die Strahlen aktivieren. Von hier sieht's aus, als ob die Zentrifuge volle Kraft läuft. Gut, hoffen wir, dass es funktioniert. Es wird eine knappe Sache. Bereit? Bereit. Erwarte Signal. Und los geht's. Geschafft! Kommen Sie her, die Schienen bewegen sich. Nein, gehen Sie ohne mich. Ich nehme eine der Rettungskanzeln. Wir treffen uns drüben. Bugs, Idiot! Die Gravitationsstrahlen werden den ganzen Mond auseinanderreißen. Bugs! Zeit für den Anflug. Zeit für den Anflug. War ja klar. Keine Ahnung! Ich weiß nicht, was du bist! Startsequenz initiiert. So, jetzt fliegen wir erstmal schön mit den Rettungskraps in Richtung Gäbert. Startsequenz initiiert. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. Ich bin weg. Verlieben, haben Sie es geschafft? Isaac, Sie haben die Schienen überklärt, aber wir sind viel zu schnell. Sie sehen, was ich mir schriege. Wie ich verspreche, es wird nichts wehtun. Stopp! Liegen Sie den Schraubenseer weg. Schluss damit. Nichts! Nein! So, aber... ...durch fliegen wir erstmal schön. An der Erdungskraps.